Ein Abend der romantischen Musik und drei Weltpremieren. Diesen Mix bot die lettische Mezzo-Sopranistin Elina Garantza bei ihrem sommerlichen Open-Air-Konzert in Kitzbühl. Bereits zum vierten Mal lud die Ausnahmekünstlerin in die prachtvolle Kulisse der Kitzbühler Alpen und präsentierte gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Dirigenten Karel-Marc Shishon, ein Programm der Extraklasse. Wirklich eine zaubertraumhafte Atmosphäre. Von allem, wenn man über den Köpfen schaut und hat man noch diesen halben Mund über den Köpfen und über den Herzen. Also wirklich unglaublich schön. Es ist das Publikum, das die Atmosphäre macht. Und das Publikum hier ist sehr speziell. Der Konzertabend, bei dem Garantza von der libanesisch-kanadischen Sopranistin Joyce El Khoury sowie dem italienischen Bariton Fabio Maria Capitanucci begleitet wurde, bot für jeden Geschmack etwas. Musik von Komponisten wie Verdi, Puccini oder Donizetti war zu hören. Das Trio wurde wieder vom Symphonieorchester der Wiener Volksoper begleitet. Moderiert wurde der Konzertabend in gewohnt charmanter Weise von Barbara Rett. Wir haben Elina Garantza mit drei Premieren gehört. Also Adriana Le Couvreur, dann Suzuki aus der Butterfly und vor allem die E-Boli. Das ist eine Traumrolle von ihr. Und sie hat sie natürlich ein bisschen ausprobiert. Und das sind die Rollen, in denen wir sie in Zukunft sehen werden. Also das waren besondere Momente, das heute hier ein bisschen zu erleben. Knapp 3000 Gäste genossen den lauen Sommerabend im Kitzbühler Pfarrau-Park und ließen sich von den Darbietungen der Künstler verzaubern. Das ist sensationell. Also bisher war mein Favorit immer das Konzert in Schönbrunn, das Samenachtskonzert, wenn es schön war dort. Aber das schlagt jetzt noch einmal alle Erwartungen. Die Location ist ja ein Knaller. Die Künstler sind sowieso sensationell. Der das Orchester spielt, ja, wie sagt man, umwerfen, das ist ein Hammer, das ist einfach toll. Das Ambiente da und das ist einzigartig, also wirklich ganz toll. Das ist ganz einfach ein Traum und was ich so toll finde, ist, hier mischt sich Sport, Kultur. Das zeigt das volle Ambiente und die volle Kraft, die Kitzbühel hat. Jemanden besser wie Elina Garantza kann man sich nicht wünschen mit ihrem Mann als Dirigenten und ihren Friends dazu. Und wenn man das heutige Konzert nimmt, boah, einfach, ja, es war einfach wundervoll. Schon jetzt freut man sich in Kitzbühel auf die fünfte Auflage von Klassik in den Alpen am 8. Juli 2017. Ich finde, das geht gerade für das, was es ist in der Sportwelt und auch in der Gesellschaft, gehört sowas hier. Weil man hat das Potenzial, man hat die Atmosphäre, man hat den Ort, wo man es machen kann. Und heute haben wir das zum vierten Mal bewiesen, dass das Interesse auch besteht. Und wir freuen uns sehr, dass wir nächstes Mal schon ein fünftes Jubiläum feiern dürfen. Vielen Dank.